. . . . . . . Das ist doch alles gar nicht echt. Nur ich bin hier die echte Klatschtante. Bei mir wird gesoffen und geredet, also fühl dich wie in Russland. Oh, das ist mir gut. Mach das irgendwas mit einem. Nee. Auf dein Wohl. Wenn ich dich sehe, kriege ich sofort Appetit auf Weißbier. Na, wir trinken erst mal. Ja, das drobje. Wir sind hier, das ist direkt, dass you schau. Ich habe als Model gearbeitet. Hahaha, Nieders gestritt, gib zu. Ein Nippelspanner. Nippelspanner? Na ja, aber die Männer haben ja damals schon reagiert drauf. Stimmt, das ist ja die Zeit, wo man als Waldemar ins Bett geht und als Hartmann wieder aufwacht. Hat der dir einer auch schon mal die Äppel angemacht? Nein, ich finde das doch unmöglich. Mutti hat ihn unten rasiert, damit er glatt auf den Boden stehen kann. Dass der steht. Genau an der Stelle, wo die Fortpflanzung ruht. Oh, wie ein Schwanz! So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Hast du mal gesungen? Bissel? Jetzt gerade. Und im Lenin-Mausoleum hat der Lenin sich bewegt. Er ist kurz aufgestanden und hat sich wieder hingelegt. Trink doch eh den Wind, stell dich mir so an. Du stehst eh die ganze Zigerin. Die ganze Zigerin. Ich war im Urlaub, an einem ganz normalen Fischstand. Moment, Sie waren im Urlaub am Fischstand? Was ist das für ein Urlaub? Nein. Putin macht den Kühlschrank auf und da steht so ein Wackelpudding. Und sagt, Zitrone nicht, ich will nur die Milch. Entweder Käsekuchen oder Größe 36. Beides geht. Hurra, wir leben noch. Was wussten wir nicht alles überstehen und leben noch. Ach, Sie, du traurig. In welchen Umständen du noch Fernsehen machst? Ja, es ist so. Ich treff immer den Geschmack. Hier bin ich im Sechserpack. Sechserpack.